Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Word Tutorial. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Microsoft Word auch randlos drucken könnt. Das ist eigentlich ganz einfach, variiert aber von Drucker zu Drucker. Von daher müssen wir gucken, dass wir hier was hinbekommen, was für alle relativ hilfreich ist, denn ich habe nicht tausend Drucker installiert. Aber ihr seht, ich bin schon mal in Word. Hier ist eine Lorem Ipsum-Datei, die wir jetzt mal randlos drucken möchten. Wir gehen auf Datei und dann auf Drucken. Und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist, dass wir über den Drucker selbst gehen. Den wählen wir zunächst aus und klicken dann auf die Druckereigenschaften. Und hier kommt es dann ganz klar darauf an, welchen Drucker wir haben, denn das ist so ein bisschen das Druckertreiberfenster. Und das sieht natürlich je nach Hersteller anders aus. Das ist jetzt ein Canon. Canon hat das sehr leicht gelöst. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit zum randlosen Druck. Bei einem Brother kann es beispielsweise so sein, dass wir hier ein Feld haben mit Druckergröße. Und dann findet sich darunter was, das sich A4 randlos drucken nennt. Das hat der Canon jetzt hier natürlich nicht, denn er hat diese Extra-Funktion. Die wähle ich jetzt mal aus. Und hier bekommen wir auch noch einen Hinweis. Das ist bei den meisten so, dass die randlos drucken mit Normalpapier eigentlich nicht wünschen. Aber wir können das hier Normalpapier trotzdem auswählen. Drücken OK und dann wäre das eingestellt. Bei einem HP wäre es jetzt beispielsweise noch so, dass der oben einen Reiter mit Druckverknüpfung hat. Da muss man dann eine benutzerdefinierte Druckeinstellung auswählen. Und da gibt es ein extra Feld, das nennt sich auch randlos. Und da setzt man kein Häkchen, sondern man muss ein Feld ein- oder ausschalten. Von daher ist das eigentlich immer recht ähnlich. Und es befindet sich eigentlich immer auch in diesen Druckereinstellungen. Aber was kann man jetzt tun, wenn man das hier nicht findet, weil ich eben nicht alle zeigen kann? Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben es jetzt beim Canon auf randlos gestellt. Wir drücken OK und es wäre soweit fertig. Aber ich kann, während ich hier unter Datei und im Bereich Drucken bin, auch noch die Seitenränder einstellen. Denn damit können wir auch einen randlosen Druck erzwingen. Der ist jetzt allerdings anders als der, den wir über den Drucker einstellen. Denn hier formatieren wir diese Seite so, dass sie wirklich keinen Rand hat. Während man hier das über den Druckertreiber regelt. Der Unterschied ist, dass es bei Druckern oft so einen minimalen Rand gibt, der nicht gedruckt werden kann. Und das berechnet dieser Druckertreiber mit ein, während das hier die Formatierung eben nicht berechnet. Denn gebe ich einen randlosen Druck beim Drucker ein, wird noch ein kleiner Rand bleiben. Hier können wir sehen, wenn ich die normalen Ränder umstelle auf etwas, was es hier nicht gibt. Ja, schmal wäre so ungefähr das, was randlos beim Drucker ist. Aber wir können über die benutzerdefinierten Seitenränder auch ganz einfach überall eine Null hinterlegen. Okay, dann sehen wir das auch hier unten, wie das aussieht. Übernehmen nicht nur für aktuellen Abschnitt, sondern für gesamtes Dokument. Okay, dann sehen wir, dass das jetzt plötzlich so aussieht. Und das wird ein Drucker normalerweise nicht schaffen können. Von daher ist es sinnvoll, wenn man es über diese Formatierung macht, ein bisschen Platz zu lassen. Aber ihr seht, ihr könnt es eben so einstellen und dann könnt ihr das Ganze drucken. War diesmal vielleicht nicht ganz so präzise wie bei anderen, aber wie gesagt, ich habe nicht 100 Drucker installiert. Generell findet ihr es über die Druckereigenschaften auf jeden Fall. Einfach mal umschauen und im Notfall könnt ihr es eben noch über die benutzerdefinierten Seitenränder machen. Dann empfehle ich einfach das Format, denn das ist fast randlos. Vielleicht noch ein bisschen kleiner, könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo, ciao!